Willkommen zu diesem neuen Video. Wir werden uns heute mal den Porsche Cayman der 981 Generation genauer anschauen. Und zwar wird es in diesem Video darüber gehen, was den Porsche der zweiten Generation so besonders macht, warum er sich genau jetzt gerade so einkaufen sollte und wie viel die Dinge auch gerade im Moment kosten. Fangen wir erstmal mit dem Fakten zu einem Porsche Cayman der zweiten Generation an. Wie gesagt, zweite Generation, also das Ding wurde von 2013 bis 2016 gebaut, also gerade mal drei Jahre, was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil das Modell mir sehr, sehr gut gefällt. Aber 2016 wurde dann von seinem Nachfolger 718 Cayman abgelöst, der dann auch zum ersten Mal vier Zylinder bekommen hat. Aber auf die Motoren werden wir später nochmal zu sprechen kommen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass der Cayman natürlich immer auf der gleichen Basis wie der Boxster aufbaut. Den gibt es allerdings schon seit 2012, also ungefähr ein Jahr länger. Aber natürlich gerade was die Steifigkeit und auch was den Fahrkomfort angeht, der Cayman natürlich die deutlich bessere Wahl ist wie der Boxster, weil wir hier ein geschlossenes Fahrzeug haben und beim Boxster es sich wie jeder weiß hier um einen Cabrio handelt. Das Leergewicht von so einem Cayman hat sich damals so zwischen 1,3 und 1,4 Tonnen eingependelt, je nach Motor und Getriebe. Und es gab auch zwei Getriebe zur Auswahl, entweder einfach normales Schaltgetriebe oder das PDK, also das Porsche Doppelkupplungsgetriebe als Automatik. Bei den Motoren gab es drei Motoren insgesamt nur zur Auswahl. Einmal den 2,7 Liter im normalen Cayman. Im Cayman S hatten wir dann den 3,4 Liter. Und im Cayman GT4 hatten wir den 3,8 Liter. Alles natürlich Sechszylinder-Boxermotoren und auch alle Saugmotoren damals noch. Die Leistung hat damals von 275 PS im kleinsten 2,7 Liter normalen Cayman bis zu 340 PS im Cayman GTS und dann sogar im GT4 385 PS. Beim Durchschnittsverbrauch muss man hier ungefähr mit 8 bis 9 Liter rechnen. Und die Frage, ob man Schaltgetriebe oder ein PDK nimmt, muss eigentlich jeder für sich selber ein bisschen beantworten. Beim PDK sind auf jeden Fall die 0 auf 100 Werte und auch die Kraftstoffverbrauchwerte ein bisschen besser. Aber beim Schalter, gerade heutzutage, wo alle Autos irgendwie zu einem Automatik werden, hat man dann vielleicht auch nochmal ein bisschen Abwechslung und ein bisschen mehr Spaß als nur bei der Automatik. Ein cooles Feature, das der Cayman hat, das man auf jeden Fall auch ansprechen sollte, ist der elektrisch ausfahrbare Heckspoiler hinten, der ab 120 automatisch ausfährt. Und ansonsten ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass man beim normalen Cayman eine Höchstgeschwindigkeit von ungefähr 266 kmh hat und beim Cayman S eine Höchstgeschwindigkeit von ungefähr 285 kmh. Was macht jetzt aber den Cayman der 981 Generation so besonders? Beim Cayman 981 hat man halt einfach die letzte, relativ moderne Generation, die aber noch alle vom kleinsten Modell bis zum größten Sechszylinder-Saug-Boxermotoren verbaut haben. Bei der Nachfolgegeneration haben dann die meisten Modelle leider schon einen Vierzylinder verbaut, der dann natürlich auch Turbo aufgeladen ist. Und gerade für echte Porsche-Fans ist es natürlich ein Muss, dass man Sechszylinder in einem Porsche drin hat. Auch wenn sich die Vierzylinder vom 718 jetzt nicht mal so schlecht anhören. Aber ich habe jetzt schon öfters von Leuten gehört, dass der Vierzylinder halt deutlich mehr Drehzahl braucht und auch deutlich angestrengter wirkt wie der Sechszylinder, mit dem man halt auch mal ein bisschen entspannter fahren kann und mit niedrigen Touren. Und vor allem halt im Cayman S hat man halt mit einem 3,4 Liter Sechszylinder-Saugmotor einen extrem voluminösen Motor in so einem kleinen Auto verbaut, was das Ganze halt schon extrem spaßig macht. Und wenn man sich die Pläne von Porsche so ein bisschen anhört, dass bald der 718 als E rauskommen soll, also nur noch komplett mit Elektroleistung fahren soll, dann war der 981 Cayman sozusagen der letzte Mittelmotor-Porsche, bei dem man auch beim normalen Modell, also jetzt nicht irgendwie GT4 oder so oder GTS, noch einen richtig schönen Sechszylinder mit gutem Klang bekommen hat. Und wenn man sich jetzt mal die aktuellen Preise anschaut, hier auf mobile.de, dann sieht man, dass man schon die ersten brauchbaren Modelle so ungefähr für 38.000 Euro bekommt. Hier jetzt mit gerade mal 93.000 Kilometer gelaufen, also jetzt nicht wirklich viel für das Alter. Und auch vom Design her, finde ich, wirkt der 981 auf jeden Fall nicht veraltet. Hier diese Lichter und so sehen immer noch ziemlich modern aus. Und hier auf dem Bild sieht man jetzt auch ziemlich gut den ausgefahrenen Spoiler. Auch im Innenraum, wenn man sich jetzt mal dieses Karottenbraun hier ein bisschen wegdenkt, wirkt das Auto immer noch ziemlich modern, also das Lenkrad und allgemein das Display hier und so weiter. Finde ich hat auf jeden Fall was. Also jetzt hier dieses Orange-Karotte hier, finde ich jetzt nicht unbedingt so schön. Aber der Rest vom Auto sieht auf jeden Fall immer noch sehr gut aus. Und auch wenn man einen Blick hier in den Kofferraum in Anführungszeichen wirft, hat man hier auf jeden Fall ein bisschen Platz, um halt ein, zwei Taschen oder so zu verstauen. Außerdem kann man ja beim Cayman und beim Boxster auch noch vorne ziemlich viel einladen. Allerdings unterscheiden sich die Preise auch ziemlich. Hier sieht man zum Beispiel einen ganz normalen Cayman für um die 48.000 Euro. Der hat jetzt ein bisschen eine bessere Ausstattung. Also wir haben hier zum Beispiel diese Turbo-Felgen von damals verbaut. Oder halt auch einfach im Innenraum jetzt eine schöne schwarze Ausstattung, die auf jeden Fall schon mal deutlich besser aussieht. Allerdings jetzt ein extrem krasser Fakt. Und zwar hat der Porsche Cayman damals 2013 für ungefähr 51.000 Euro gestartet. Und jetzt bekommen wir hier Basismodelle mit um die 120.000 Kilometer später und auch zehn Jahre später für immer noch 47.500 Euro. Also wenn man mal genau hinschaut, hat das Auto hier gerade mal einen richtigen Wertverlust von 6.000 Euro gehabt. Über zehn Jahre und 120.000 Kilometer. Was natürlich auf jeden Fall für das Auto spricht. Beim Cayman S war der Wertverlust vielleicht ein bisschen krasser. Hier hat er am Anfang 64.000 Euro gekostet vor zehn Jahren. Und jetzt sind die Modelle schon so ab 50.000 Euro ungefähr zu haben. Aber natürlich auch kein krasser Wertverlust, wenn man es jetzt mal mit einem normalen Auto vergleicht. Ich sehe auch keinen Grund, warum die Autos jetzt noch weiter extrem fallen sollten. Weil wie gesagt, mittlerweile sind die 718, also die neueren Modelle von zum Teil 2016, 2017, schon günstiger als der 981, also die Vorgängergeneration. Also wer vorhört, sich so einen Cayman der 981-Generation zu kaufen, dem würde ich das Ganze auf jeden Fall empfehlen. Weil man nicht nur wenig Wertverlust hat, sondern auch extremen Fahrspaß. Und sich die Autos von damals mit dem Sorgmotor wirklich extrem gut anhören. Und wenn die Politik in den nächsten Jahren keinen Strich durch die Rechnung macht, werden die Autos auch nicht unbedingt signifikant sinken. Sondern vielleicht sogar noch eher, wenn man das Auto günstig schießt, noch ein bisschen vom Preis steigen. Wenn du Erfahrung mit dem Porsche 981 hast, dann kannst du die gerne unten in den Kommentaren teilen. Und wenn du dich für Autos interessierst, dann lass auf jeden Fall auf dem Kanal ja ein Abo da. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.